Moin Leute und herzlich willkommen mal wieder zurück zu einer Runde Python. Heute wollen wir uns Hashing genauer angucken. Das bedeutet, wir wollen einen Hash generieren. Das hat nichts mit der Droge zu tun, sondern etwas mit der Tatsache, dass man einfach irgendwelche Byte-Daten, das heißt sagen wir hier mal, wir haben irgendwelche Strings oder sowas, das wollen wir jetzt hier in eine bestimmte mathematische Funktion stecken und hinten raus kommt automatisch immer ein String mit einer festen Länge, zum Beispiel 256 Byte oder Bit oder was auch immer und der hat eine Eigenschaft, also ich schreibe jetzt hier einfach mal irgendwas hin, das hier und wenn wir das jetzt in die Hand bekommen, dann können wir daraus nicht mehr das hier zurückrechnen. Das heißt, das ist absolut nicht möglich, aus diesem hier das hier wieder rauszufinden. Das ist eine Eigenschaft von einer Hash-Funktion. Es ist auch nicht möglich, dass man hier zwei Dinger hier findet, also zwei Inputs findet, die beide am Ende auf dasselbe rauslaufen. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht noch was zweites ohne Probleme finden, das hier rausläuft. Ich müsste wirklich alles durchprobieren, von A bis ZZZZZZZ sozusagen, also kleines Beispiel sozusagen. So, das hört sich jetzt erstmal total bescheuert an. Warum braucht man sowas? Hashing ist wirklich nicht nur irgendwas, was irgendwelche Kryptografen oder sowas brauchen, die brauchen das auch, aber damit kann man unglaublich viel machen. Zum Beispiel, ich fange jetzt mal mit den kryptografischen Dingern an, aber wir werden gleich noch sehen, dass es noch viele, viele andere Dinge gibt. Wenn ich in der Kryptografie zum Beispiel ein Zertifikat erstellen möchte oder ich möchte digitale Signaturen machen oder ich möchte die Integrität einer Nachricht beweisen, dann muss ich da Hashing benutzen. Und da nehme ich dann normalerweise irgendeine schnelle Funktion und stecke da einfach das Zeug rein und ja, bekomme dann eben diesen Hashwert am Ende raus und kann da damit mehr machen. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ich will euch heute eigentlich mehr zeigen, wie es funktioniert. Das wäre der kryptografische Teil. Man kann aber mit Hashing auch einfach, also man kann hier beliebige Längen an Strings oder an Bytes reinstecken. Das heißt, ihr könnt auch komplette Dateien hashen. Ihr könnt zum Beispiel eure, was auch immer, 90 GB Wordlist oder was auch immer da reinstecken und am Ende kommt ein Hash raus, der genau 256 Bit zum Beispiel als Ausgabelänge hat. Also wirklich eine feste Ausgabelänge und ihr könnt dann diese 90 GB Wordlist jemand anderem per E-Mail schicken. Gut, E-Mail unterstützt keine 90 GB, das lassen wir mal beiseite. Ihr könnt sie ihm einfach irgendwie hochladen und er kann dann bei sich einfach diesen Hashwert überprüfen und kann dann rausfinden, ob die Datei korrekt übertragen wurde. Es gibt nämlich Fälle, da läuft ein Download einfach schief oder sowas. Man kann also zum Beispiel einfach Downloads überprüfen, ob die korrekt sind oder ob Daten über das Netzwerk korrekt übertragen wurden. Auch mega nützlich. Und zu guter Letzt, wenn ihr irgendwann mal ein Login-System für User schreiben wollt, dann müsst ihr die Passwörter hashen, damit sie nicht im Klartext gespeichert sind, denn ansonsten könnte die jeder auslesen. Das ist sehr, sehr gefährlich. Erkläre ich genauer in der IT-Security-Playlist. Das mit der Kryptografie gibt es auch übrigens eine Playlist dazu. Nennt sich Kryptografie, findet ihr auf meinem Kanal. Genauso wie die IT-Sicherheits-Playlist. Und ja, ihr könnt da einfach zum Beispiel diese Passwörter hashen und man kann aus diesem Ding hier nicht wieder rausfinden, dass da ZZZZZZ reingesteckt wurde. Das heißt, man kann das Ding speichern, ohne dass es jemand rausfinden kann. Und das ist natürlich extrem mächtig und ich möchte euch deswegen zeigen, wie es funktioniert. So, also fangen wir mal an. Was ihr braucht in Python ist die Hashlib. Ihr müsst sie erstmal importieren und ja, dann könnt ihr sie eigentlich auch schon benutzen. Das war eigentlich jetzt der längere Teil vom Video, warum wir das Ganze machen und warum das auch nicht unnötig ist, selbst wenn ihr keinen Bock auf Hacking habt. Und was wir jetzt hier machen, ist eigentlich total simpel. Wir geben erstmal alle möglichen Algorithmen raus. Also das heißt, wir können ausgeben zum Beispiel, welche Algorithmen wir denn verwenden können. Zum Beispiel, äh, stopp, Hashlib.algorithms available. So, und da finden wir jetzt gleich sehr, sehr viele verschiedene Algorithmen. Es ist wichtig zu wissen, dass manche stärker sind und manche schwächer. MD5 und SHAI1 solltet ihr definitiv nicht mehr verwenden. Das ist ganz, ganz wichtig. Die nicht benutzen. Die sind nicht sicher. MD5, wie gesagt, hier drüben. MD4 sowieso nicht. Ähm, was ihr verwenden solltet, es wäre zum Beispiel hier, ähm, SHAI, wo haben wir es? SHAI3 könnt ihr benutzen. Egal, welche Länge eigentlich. SHAI3 512 haben wir hier drüben. Oder einfach nur, äh, SHAI 256. Wobei, das ist ein bisschen kurz. Hier drüben haben wir, ich weiß nicht, ob ihr das gerade noch sehen könnt. SHAI 512. Whirlpool ist eine super Funktion. Die seht ihr, glaube ich, jetzt nicht mehr. Ähm, aber die könnt ihr euch natürlich dann auch selbst aussuchen. So, und das sind die Funktionen, die ihr jetzt hier verwenden könnt. Das war jetzt einfach nur mal, damit wir so eine grobe, ah, da ist halt auch SHAI 512, hier drüben steht er. Okay, also die könnt ihr jetzt wunderbar benutzen. Wie gesagt, MD5, MD4, SHAI 1 nicht benutzen. Aber die anderen könnt ihr super benutzen. Ähm, so, und dann ist das Schema eigentlich immer genau dasselbe. Wir wollen erstmal einen Hash-Generator bauen. Dazu sagen wir, wir nennen das Ding jetzt einfach mal H, ist gleich Hashlib, Punkt. Und dann gibt es hier eine Funktion, die nennt sich New. So, und New will von euch den Namen eines Algorithmuses. Deswegen haben wir das uns hier gerade eben ausgegeben. Wir nehmen jetzt hier einfach mal den Blake 2B512. Das ist ein ziemlich sicherer Algorithmus, der auch relativ neu ist. Oder wir können auch Whirlpool benutzen. Whirlpool. Whirlpool, ähm, der steht etwas weiter rechts, wenn ich mich richtig erinnere. Einfach mal Copy-Pasten und dann hier eintragen. Ich hab's richtig geschrieben, wundervoll. So, und jetzt habt ihr im Prinzip einen, ähm, ja, ein, ein Ding gebaut, das euch später einen Hash-Wert ausspucken kann. Ihr habt im Endeffekt ein Objekt gebaut. Ähm, h.update liefert euch, na, h.update liefert euch, ähm, die Möglichkeit hier reinzusetzen, was gehashed werden soll. So, wichtig ist jetzt, ihr möchtet natürlich Objekte hashen, ihr möchtet vielleicht Strings hashen, was auch immer. Ihr braucht aber ganz, ganz dringend etwas, ähm, als Byte-Form. Das heißt, ihr könnt nicht hier einfach einen String reinstecken, sondern ihr müsst das ganze Ding als Byte haben. Also, wenn ich jetzt hier, ähm, ASDF1234 reinschreibe, was das furchtbarste Passwort ever ist, aber egal, ähm, dann wird es nicht funktionieren. Und zwar passiert dann folgendes. Wir sehen hier, Unicode Objects must be encoded before hashing. Und es ist mega einfach, die Dinger zu encoden, einfach ein B vorne dran. Und schon seht ihr, die Farbe ändert sich und wir haben das Ding hier nicht mehr als, ähm, als String, sondern als binäres, ja, binärer Input sozusagen. Und dann passiert immer noch nichts, weil ihr den Hashwert nicht ausgegeben habt. Jetzt wollen wir den Hashwert also einfach noch ausgeben. Das, ups, das heißt, ihr gebt hier einfach Print aus. So, und ihr könnt den Hashwert, das ist ein String, ganz normaler String, den könnt ihr ausgeben, indem ihr h.hexdigest eingibt. So, und das ist im Endeffekt alles. Das ist die Magie dahinter. Jetzt seht ihr hier, kommt dieses Ding hier raus. Das ist der Hashwert von ASDF1234 mit einem Leer in der Mitte. So, und Achtung, wenn ich jetzt hier, Achso, übrigens, jedes Mal, wenn ihr das ausführt, da ist absolut kein Zufall drin, ähm, oder es ist, nee, es ist eigentlich kein Zufall drin in dem Sinne. Ähm, was ihr hier rausbekommt, ist immer genau dasselbe. Das ist sozusagen der große Trick bei Hash-Funktion. Egal, was ihr reinsteckt, es kommt immer genau dasselbe raus, wenn ihr dasselbe reinsteckt. Also, wenn jetzt jemand von euch dieses ASDF1234 mit einem Leerzeichen in der Mitte reinsteckt, dann kommt da auch genau dieser String bei raus. Wenn ich jetzt aber hier dieses Leerzeichen lösche, dann achtet mal drauf, was genau hier gleich bleibt. Das ist absolut zufällig, oder für uns sieht es zufällig aus, was da jetzt gleich bleibt, nur durch dieses Leerzeichen. Ihr seht hier, es fängt mit einem komplett anderen Buchstaben an und hört auch mit einem anderen auf, soweit ich das im Kopf habe. Ähm, achtet auch darauf, dass das Ganze hexadezimal eigentlich ist. Das heißt, die Zahlen gehen von 0 bis 9, und dann kommt noch A, B, C, D, E, F für die Zahlen 10, 11, 12, 13, 14 und 15, und mehr als f werdet ihr nicht finden. Also, es ist quasi wirklich hexadezimal eigentlich eine Zahl, aber man kann es natürlich super als String verwenden. Ja, und das ist die ganze Magie dahinter. Wenn ich hier einen anderen Algorithmus eintrag, könnt ihr das genauso machen. Ihr könnt hier alles, was in Byteform ist, könnt ihr da reinstecken. Also, zum Beispiel auch irgendwelche Objekte, die ihr in Byteform konvertiert habt, irgendwelche anderen Dateien, die ihr in Byteform konvertiert habt, all das könnt ihr da reinstecken. Ist wunderbar und sehr, sehr nützlich. Und jetzt können wir hier einfach zum Beispiel hier auch Shave 512 machen, und dann sehen wir hier, bam, wir bekommen natürlich was völlig anderes zurück, weil der Algorithmus ein anderes. Das heißt, es ist wichtig, welcher Algorithmus hier verwendet wird. Aber wenn jemand von euch genau diesen String hier reinpackt, ist auch wieder dasselbe draußen. Ja, und eigentlich mega einfach, und ich dachte mir, das zeige ich euch auf jeden Fall mal. Und das war's von meiner Seite eigentlich auch schon wieder. Wir hören uns dann schon wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Bis dann.